Seit 2020 gibt es das Kosmetikfachinstitut Reviderm Skin Medics Benida in Neufurt bei Amstetten. Die feierliche Eröffnung wurde aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben und nun fand sie endlich statt. Viele Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kunden und Wegbegleitern waren dabei. Benida hat bei uns in Oberfeld aus Menina-Furt ein großartiges Kosmetikstudio, topmodern, sehr freundlich eröffnet. Also das ist wirklich eine riesengroße Bereicherung für unseren Ortsteil. Ich bin selber Kunde und ich freue mich schon auf meinen nächsten Termin. Ich habe sie kennengelernt als 15-Jährige, kam sie zu mir ins Geschäft und sie suchte einen Lehrplatz. Und ich habe gesagt, schön, wir brauchen momentan einen Lehrling. Und ich habe ihr erzählt, was glaubst du, was ich mache im Beruf? Was mache ich? Na, Schönheitspflege, ja, sage ich richtig. Schönheitspflege, Fußpflege, das ist halt nicht immer so schön. Das muss man auch mögen, dass man den Menschen angreift, mit der Hand arbeitet und dazu Freude empfindet. Ich gratuliere aus ganzem Herzen, sie hat es geschafft. Und das ist wirklich auch für mich sehr schön, dass ein Mensch so weit gekommen ist. Sie hat wirklich aus sich selbst was gemacht. Und ich gratuliere wirklich noch einmal. Wenn man eine Lehre macht, wenn man sich für sein Fach interessiert, wenn man sich weiterbilden möchte, dass es durchaus wirklich gelingen kann, dass man einen super Betrieb aufbauen kann. Das sollte wirklich ansparen, auch für viele junge Menschen sein, das zu tun, was man gerne tut und wo das Herz einfach ist. Unter dem Motto, nur das Beste für ihre Haut, werden den Kunden einige Dienstleistungen angeboten. Darunter zum Beispiel die Hautanalyse, Mikrodermabrasion, Ultraschallbehandlungen, Mikroniedling, dauerhafte Haarentfernung mit Ionenlaser und vieles mehr. Am meisten freue ich mich, wenn die Kunden glücklich sind mit den Behandlungen, mit den Ergebnissen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil man investiert die Zeit, das Geld und da soll schon einfach das Ergebnis passen. Und das macht mir genauso Freude, weil es ist einfach dieses Wohlbefinden, wenn die Kunden glücklich dann rausgehen und sagen, das tut so gut, einfach eine Fußpflege, eine Gesichtsbehandlung und dieses Wohlbefinden bedeutet mir wirklich sehr viel. Bei den Behandlungen werden hochwertige und innovative Produkte von der Firma Reviderm verwendet. Wir konzentrieren uns auf die Regenerationskräfte der Haut und bringen das in Verbindung mit innovativen Rohstoffen, die weltweit entwickelt werden und den aktuellen dermatologischen Erkenntnissen. Das Besondere ist dabei, dass wir uns nicht so sehr marketingmäßig aufstellen, sondern wirklich es uns um die Wirksamkeit der Produkte geht. Das ist auch der Grund, warum wir ausschließlich über Kosmetikinstitute vertrieben werden, denn nur dort haben wir die Beratungs- und Analyse- und Behandlungskompetenz, die wir da brauchen. Seit 2004 ist Benida als Kosmetikerin tätig. Die Wertschätzung seitens der Geschäftspartner und Kunden ist groß. Benida ist ein Mysterium für mich, muss ich sagen. Als ich sie kennengelernt habe, war sie eine ganz liebenswerte, aber auch so ein bisschen schüchterne Person. Und seitdem sie sich selbstständig gemacht hat, ist sie zu so einer solchen souveränen, erfolgreichen Geschäftsfrau geworden, wie ich das sehr, sehr selten erlebt habe. Also ich bin selbst Kunde bei der Benida und sie macht das sehr, sehr gut. Sie ist sehr fachmännisch unterwegs, sie macht tolle Beratungen und sie nimmt die Kunden so, wie sie sind. Wenn man mit ihr plaudern will, plaudert man mit ihr. Wenn man eine Ruhe haben will, gibt es eine Ruhe. Und das macht diese Person aus. Und ich gratuliere ganz toll zu dieser großartigen Eröffnung und zu ihrem großartigen Raum, was sie gestaltet hat. Ich habe auf jeden Fall die besten Erfahrungen bis jetzt gemacht. Ich gebe Besuch also schon jahrelang zur Pflege aller Art. Und ich habe meinen Kosmetikheimhafen gefunden und würde mit Sicherheit nicht so bald weggehen. Besonders macht die Benida für mich ihre Art, ihre Ruhe, ihre ruhige und sehr weiche Hände. Also das ist schon sehr wichtig bei einer Kosmetikpflege und ich kann mich bei ihr wirklich zu 100% entspannen und alles anvertrauen, was Haut und Pflege betrifft. Die Benida ist einfach ein total angenehmer Mensch und das ist wirklich sehr gemütlich, wenn ich zu ihr komme und genieße jeden Moment. Ich bin ungefähr ein halbes Jahr bei Benida und ich bin voll begeistert. Sie macht das sehr schön, super und ich bin sehr, sehr zufrieden. Dieser Erfolg ist natürlich nur mit der Unterstützung der Familie möglich. Ich arbeite sehr viel im Hintergrund. Angefangen von Rechnungen sammeln, Buchhaltung machen, alles was sie keine Zeit dafür hat. Und natürlich mit unserem Haushalt, mit unserem Haus, mit unseren Kindern kommt noch sehr viel Arbeit dazu auf mich zu. Und das übernehme ich sehr gerne für Benida. Die Gäste hatten viele Glückwünsche für Benida parat. Ich wünsche ihr viel Erfolg, viel Glück und weiter so. Ich wünsche auf jeden Fall, dass sie sich ihre Freude an ihrer Arbeit behält. Ich habe jetzt ganz kurz mit ihr gesprochen, einfach auch so diese wirkliche Lust an dieser Arbeit, auch die Freude, dass man anderen Menschen eine Freude machen kann. Ich glaube, das soll sie wirklich behalten. Und ich wünsche ihr natürlich viel Erfolg, weil natürlich so ein Unternehmen immer auch ein Risiko ist und sie hat in einer wirklich schwierigen Zeit gestartet in der Corona-Zeit. Und da kann man mir echt nur wünschen, dass sich alle ihre Wünsche erfüllen und dass sie den Erfolg hat, den sie sich wirklich verdient. Ich wünsche einfach nur, dass sie so weitermacht wie bisher, weil dann geht alles gut. Und das wünschen wir Benida auch.